Spuren Willst du etwas finden, egal wie viel, dann führen die Spuren nicht manchmal am Ziel. Doch Spuren sind nicht leicht zu entdecken, was bewirkt sich dahinter, was wollen sie verstecken? Du sagst zum Beispiel, dein Schlüssel ist weg, du hast ihn verloren, irgendwo im Dreck. Und jetzt fällt dir einfach partout nicht mehr ein, wo könnte denn das nur gewesen sein? Und dann suchst du nach Spuren, wo bist du gewesen? Du versuchst an den Spuren den Weg abzulesen. Schau, dort, da sitzt Teddy im hohen Gras. Ich mach jede Bette, da finden wir was. Und jetzt kombinieren wir mal Haar klein, hier muss das mit dem Schlüssel gewesen sein. Was blickt da? Na bitte, ich hab's doch gesägt, da hat sich dein Schlüssel zum Schlafen gelegt. Spuren sind wie kleine Zeichen, sie helfen dir, dein Ziel zu erreichen. Willst du etwas finden, egal wie viel, dann führen die Spuren nicht manchmal am Ziel. Doch Spuren sind nicht leicht zu entdecken, was bewirkt sich dahinter, was wollen sie verstecken? Du kommst nach Hause, nur Scherben da. Du fragst dich gleich, wer das wohl war. Du suchst den Grund, wie kann das denn gehen? Was ist bei dir zu Hause geschehen? Du versuchst nach Spuren, wer ist das gewesen? Du versuchst an den Spuren den Täter abzulesen. Sieh, da, Tatzenspuren und sogar noch ganz nass. Ich mach jede Bette, hier finden wir was. Jetzt heißt's kombinieren und zwar Haar klein, das kann nur eine Katze gewesen sein. Da sitzt sie, na bitte, genau hinterm Haus. Sie sieht dich jetzt und nimmt ganz schnell Reißaußer. Spuren sind wie kleine Zeichen, sie helfen dir, dein Ziel zu erreichen. Willst du etwas finden, egal wie viel, dann führen die Spuren nicht manchmal am Ziel. Doch Spuren sind nicht leicht zu entdecken. Was verwirrt sich dein Tag? Was wollen sie verstecken? Was wollen sie sehen? Ich denke, wir schau. Vielen Dank.